Herzlich willkommen zurück, der nächste Teil Tony Tuff. Wir sind endlich, endlich, endlich den Pförtner losgeworden. Das heißt, wir stehen jetzt kurz davor, das Schloss zu betreten. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Oh. Oh nein, dieser verflixte Hund ist wieder auf der Zugbrücke. Was? Pantagruel soll also irgendwo hier drin sein, ja? Komm schon, Tony. Denk nach. Stell dir vor, was würdest du tun, wenn du ein gestohlener Hund wärst? Hm. Tja, wahrscheinlich würde ich auf den Strauch da drüben pinkeln. Okay. Es ist schwer, etwas Gutes über einen Strauch zu sagen, bei dem man gerade zugegeben hat, ihn ohne mit der Wimper zu zucken, bepinkeln zu können. Jetzt nicht. Jemand könnte mich sehen. Er wollte wirklich. Ob es wohl was bringt, wenn ich immer wieder in das Seil beiße? Nein. Wenn wir jetzt in England wären, würde dieses Katapult auf der anderen Seite des Hofs stehen. Hm. Okay. Hoppla, was ist denn das? Maschine? Das könnte ein Sicherheitsmechanismus sein. Ein Spektrograf. Oder vielleicht sogar beides. Was ist denn das für ein Schloss? Was ist das für ein Schloss? Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es scheint sowieso nicht zu funktionieren. Ne. Geschlossen. Geschlossen. Toll. Willst du mir jetzt sagen, ich kann mir hier nichts angucken? Ach, hei je. Laut Turmuhr ist es jetzt fünf vor drei. Mhm. Ja, und? Laut Turmuhr ist es jetzt... Aha. Aha. Also, das soll mir irgendwas sagen, ja? Moment. Wo kam ich denn jetzt hierher? Tor. Äh, Tür. Hallo. Und wer sind Sie, wenn ich fragen dürfte? Ich heiße Tony Taff und bin Privatdetektiv. Meine Spezialität ist die Untersuchung von okkultistischen Phänomenen, Holz und dem Verhältnis zwischen beiden. Ha, 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 ha. Ach, ich habe diese Privatdetektiv-Nummer schon mindestens tausendmal gehört und falle immer noch jedes Mal darauf herein. Also los jetzt. Keine Faxen. Watten, 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 aber das ist die Wahrheit. Ich bin wirklich Privat. Ach, was soll's. Vorhin kann ich wohl nichts verbergen. In Wirklichkeit bin ich eine Kojobe auf dem Gebiet. Aber das ist die Wahrheit. Ich bin wirklich Privatdetektiv. Und ein ziemlich guter, wenn ich das selbst sagen darf. Ja, ja, ein köstlicher Scherz. Aber wer sind Sie? Ich meine jetzt wirklich. Ich hab's Ihnen schon gesagt. Ich bin Tony Tuff, der Privatdetektiv. Ach, hören Sie schon auf. Und sagen Sie mir die Wahrheit. Boah. Ich muss darauf bestehen. Ich bin Tony Tuff. Oh nein, nicht schon wieder die Leier. Das ist doch nicht wahr. Was ist... Was muss ich denn tun, um Sie zu überzeugen? Ich bin wirklich Privatdetektiv. Hier, wie ich leibe und lebe. Ein Privatdetektiv mit einer ungesunden Vorliebe für Weichtiere. Ach, hören Sie schon auf. Und sagen Sie mir die Wahrheit. Tut mir leid. Ich muss darauf bestehen. Erwarten Sie allen Ernstes, dass ich das glaube? Nun kommen Sie schon. Raus mit der Wahrheit. Hey, woher wissen Sie überhaupt, dass ich die verschluckt habe? Machen Sie schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Die Backen von der Willi sich bewegen. Nehmen Sie mir aber... Ich bleib hartnäckig. Nehmen Sie es nicht persönlich. Aber ich habe Ihnen bereits die Wahrheit gesagt. Und wenn mein Hund meinen Ausweis nicht gefressen hätte, könnte ich es Ihnen auch beweisen. Ich wusste nicht, dass Ausweisfressen der Hunde so verbreitet sind. Und nun glauben Sie mir... Keineswegs. Ich wollte Sie gerade zum Aufgeben auffordern. Ah, ah. Obwohl Sie mich fast eines Besseren belehrt hätten, habe ich dennoch allen Grund zu der Annahme, dass ich immer noch Tony Tuff bin, der als Privatdetektiv für die angesehene Firma Wallen & Wallen arbeitet. Oh nein, nicht schon wieder. Ich versichere Ihnen, das ist die Wahrheit. Und ich versichere Ihnen, dass diese Posse überhaupt nicht komisch ist. Wie lange wollen Sie mich denn noch zappeln lassen, bevor ich die Wahrheit erfahre? Warum lässt er die nicht einfach stehen und sagt, gut, wiedersehen? Aber das ist die Wahrheit. Ich bin wirklich Privatdetektiv. Und ein ziemlich guter, wenn ich das selbst sagen darf. Ja, ja, ein köstlicher Scherp. Wir fangen wieder von vorne an. Ach, was soll's. Vor Ihnen kann ich wohl nichts verbergen. In Wirklichkeit bin ich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Parapsychologie. Eine Kory... Was sagten Sie eben, sind Sie... Eine Art Wissenschaftler. Was? Sie wollen Wissenschaftler sein? Glauben Sie etwa, ich würde Sie anlügen? Aber selbstverständlich nicht, Herr Professor. Wie kann ich Ihnen helfen? Schon besser. Ich wüsste gern, ob Sie jemals auf Entomophagismus zurückgreifen mussten. Nein, ich glaube nicht. Und im Zuge meiner Forschungen habe ich mich gefragt, wie oft Sie wohl den Asbestgehalt der Luft hier messen lassen. Aber, äh, aber, ich, ich kann nicht. Tut mir leid, aber ich, äh... Ja, ich verstehe. Und ich verzeihe Ihnen. Es ist vollkommen verständlich, dass Ihre Inkompetenz Sie daran gehindert hat, in dieser Organisation eine verantwortungsvolle Stellung einzunehmen. Ja, ja, Herr Doktor. Vielen Dank. Natürlich, Sie sagen es. Genau so ist es. Bitte, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, brauchen Sie es mir nur zu sagen. Nun, im Moment könnte ich tatsächlich Hilfe gebrauchen. Sie brauchen mich nur darum zu bitten, Herr Professor. Erst waren wir Professor, dann waren wir Doktor, jetzt sind wir wieder Professor. Wo finde ich wohl den Leiter dieses Parks? Ich glaube, im Moment hält er sich irgendwo oben auf der Kürbispflanze auf. Zumindest war er vor ein paar Stunden noch dort, als ich da oben das Kontrollzentrum geputzt habe. Oben auf der Spitze dieser beunruhigenden Kreuzung zwischen Gemüse und Stahl? Ja, genau. Ja, genau. Wo finde ich den Besitzer? Was haben Sie gesagt? Noch vor wenigen Stunden befanden Sie sich ganz... Was haben Sie gesagt? Noch vor wenigen Stunden befanden Sie sich ganz oben auf der Spitze dieses Prachtexemplars der Terranenvegetation? Richtig, Herr Professor. Und wie sind Sie da hinaufgekommen, wenn ich fragen darf? Die Tür ist zugesperrt. Mein Gesicht ist im Gesichtserkennungsprogramm des Computers gespeichert. Ich brauche nur mein Gesicht davor zu halten. Oh, oh, oh. Wieso würde ich mir das Tor zum Kürbispflanze aufzusperren? Ich muss mit dem Parkbesitzer sprechen. Wären Sie wohl so liebenswürdig, mir das Tor zur Kürbispflanze aufzusperren? Ich muss mit dem Parkbesitzer sprechen. Ich arbeite jetzt schon seit Generationen für die Familie des Parkbesitzers. Und wenn ich in all den Jahren eines gelernt habe, außer dass Sprengstoff nicht mit der Stellung einer Haushälterin vereinbar ist, dann folgendes. Befehl ist Befehl. Und der Chef hat befohlen, dass er nicht gestört werden will. Schnell bitte schieben Sie Ihr Gesicht vor in das Erkennungsprogramm. Lassen Sie mich durch. Es geht um Leben und Tod. Wie können Sie sich meinem Charme entziehen, wenn ich Sie... Wie können Sie sich meinem Charme entziehen, wenn ich Sie so ansehe? Hören Sie, Herr Doktor, ich habe einen Mann und sechs Söhne. Und wenn Sie mich so ansehen, backe ich Ihnen lediglich eine Blaubeertorte. Also gibt es nichts, womit ich Sie überreden könnte? Nein, überhaupt nichts. Haben Sie irgendwelche Gesundheitsprobleme, über die ich Bescheid wissen sollte? Und ob? Ich leide seit Jahren an einer seltenen Darmstörung. Diver... 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 Divertikulitis. Genau. Haben Sie das etwa auch? Äh, das nicht direkt. Ich muss dringend einen Spezialisten hinzuziehen. Können Sie mir helfen? Klar. Nun, zufällig sind gastroenterische Geschwüre tatsächlich meine Spezialität. Ich verstehe. Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, schnell, schnell, ich brauche Ihre Hilfe für ein klinisches Experiment. Eieiei. Ich brauche Ihre Hilfe für ein klinisches Experiment zur Untersuchung der These, die der berühmte Professor Luke Just vorgelegt hat. Was müsste ich denn tun? Der erlauchte Professor Just hat festgestellt, dass es Sinnesorgane im Hinterkopf gibt, die in der Lage sind, objektive Wirklichkeit mit einem Äquivalent der optischen Wahrnehmung gestalten, zu interpretieren. Was haben Sie gesagt? Naja, einfacher ausgedrückt, er meint, dass die Leute tatsächlich Augen im Hinterkopf haben. Und was soll ich nun machen? Hm, hm. Konzentrieren Sie sich bitte. Würden Sie das wiederholen? Ich habe nicht zugehört. Ach, vergessen Sie es. Können... Ja. Drehen Sie sich um und versuchen Sie zu sehen, was ich mache. Sofort, Herr Professor. Niemals. Zeigen Sie die Zahlen mit den Händen? Ich sehe nichts. Ich sehe keine Frösche. Ich sehe mich wirklich an, aber ich sehe nur einen Messing-Türklopfer in Form eines Hundes. Aha. Das war's also. Nehmen Sie etwa das Spülmittel? War das richtig? Überhaupt nicht. Ach, welch eine Enttäuschung, Madam. Sie haben gerade bewiesen, dass all diese Theorien nur eitle Versuche sind, die geheimnisvollen, angeborenen Fähigkeiten des menschlichen Geistes zu erklären. All die vielen Jahre des Studiums. Alles vergebens. Oh, oh, das tut mir so leid. Ich fürchte. Ich hoffe nur, es ist nicht meine Schuld. Oh, machen Sie sich keine Sorgen, Madam. Falls irgendjemand schuld ist, dann bin ich es, weil ich so leichtgläubig war. Hören Sie, ich versuche es nochmal. Und diesmal strenge ich mich wirklich an. Nein, nein, es hat keinen Zweck. Am besten, ich gehe jetzt. Es tut mir so leid. Kommen Sie gern jederzeit wieder, Herr Doktor. Ja, ja, ja. Also das Waschmittel brauche ich nicht. Sehr gut. Hm. Tja, das sagt mir nichts, was ich nicht schon wusste. Ja, und was sagt es dir? Rüstung. Eine frühe Form von Dosenfleisch. Ja. Nicht übel. Oha. Also das ist die größte Änderung, die ich seit meiner Kindheit erfahren habe. Ich habe mehr Jahre hinter mir und einen Blasebalg in meinem Mantel. Hm. Das ich mir so einfach nehmen kann. Ah, okay. An diesem Spiegel ist etwas Merkwürdiges. Hm, ich hab's. Es muss das drittklassige Eichenholz sein, was man beim Rahmen benutzt hat. Natürlich. Da hängt die im Hand. Verdammt. Warum sollte ich? Heuschnupfen bekomme ich erst mitten im April. Hm. Hegst du etwa den geheimen Wunsch, Blut zu trinken, wie eine Fledermaus zu fliegen und von einer aufgebrachten Menge verfolgt zu werden, die dir einen Holzpfahl durchs Herz treiben will? Wenn ja, mein lieber Freund, leidest du an einem akuten Fall von Vampirfieber. Und jetzt kannst du als Möchtegern-Untoter den Nervenkitzel erleben, in einen Spiegel zu schauen und kein Spiegelbild zu sehen. Mit diesem patentierten Vampir-Spiegel von Karak Incorporated. Aha. Jetzt wissen wir also mehr. Gut. Was mit dem Schalter? Oh, wie schön. Ach, hey, was ist denn? Wer schnarcht denn hier? Dazu würde ich gerne etwas sagen, aber ich bin durch das Stendal-Syndrom gelähmt. Also der Kerl hier in der Mitte sieht ein bisschen aus wie Toni. Vor allem die Brille. Wie? Die Funktion des Objekts ist untrennbar mit dessen Verwirklichung als Gemälde per se verbunden. Ich nehme schon zu, wenn ich das Ding nur ansehe. Wenn du mir damit sagen willst, ich soll das essen, dann schreib dir hinter die Ohren, dass eine solche gelatineartige Masse aus mehrfach ungesättigten Triglyceriden und künstlichen Farbstoffen niemals durch meinen Ösophagus fließen wird. Wenn du andererseits nur wolltest, dass ich es woanders hinbringe, dann musst du sogar noch dümmer sein, als ich dachte. Ein Wild. Wilder Eber. Weißt du, manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Ja. Der Keiler hatte die für Arthiodactyla typisch arroganten Züge. Ah! Leer. Aber ideal, um ausgestopfte Tiere unterzubringen. Oder vielleicht ein paar Eierbecher. Eier? Bevor er zum Wandbehang wurde, wurde dieser Schild zur persönlichen Verteidigung benutzt. So wie ich Fatalismus anwende. Ich habe schon vorgesorgt, um meine persönliche Integrität zu schützen. Okay. Also das scheint hier die Küche zu sein. Oh Gott. Die Tauben sind weggeflogen. Muss an meinem Aftershave liegen. Die Jungs vom Büro sagen oft, es ist, Zitat, einfach ekelhaft. Zitat Ende. Der weise Mann sucht nicht das Vergnügen, sondern eher das Fehlen von Schmerz. Von was redest du? Da ist doch gar nichts drin. Ach Mann. Ja, bin ich. Ja, das ist ein Brunnen. Okay. Hab ich ja... Ah, da, da, da. Ich werde von der Detektei nicht fürs Putzen bezahlt. Glaube ich zumindest. Äh, hab ich denn irgendwas, wo ich das... Warum sollte ich? Dann eben nicht. Ähm. Das ist genauso blöd. Tja. Okay. Halten wir das mal im Hinterkopf. Was ist das? Gewendel? Vergiss es. Fantastisch. Damit würde die Bedeutung der Formulierung, der ist ja beim Taufen aufs Becken gefallen, eine ganz neue Dimension annehmen. Würdet ihr mir wohl sagen, was zum Henker ihr da eigentlich macht? Äh, nein. Wie es euch beliebt. Was? Soll ich verarschen? Verzeihung, der Herr. Darf ich Sie etwas fragen? Ich fürchte, werter Herr, euch fehlt eine gewisse Sensibilität. Ihr merkt nicht, wann man jemanden besser in Ruhe lässt. Es... Es tut mir leid, aber ich... Und falls mich meine Nase nicht trügt, hat euer Wohlgeboren wohl auch keine klare Vorstellung vom Konzept der Seife. Und nun, werter Herr, erlaubt mir gütigst, mit meiner Tätigkeit fortzufahren. Alles klar. Der Seifenscherz hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Seifenscherz. Der hatte dieselbe Stimme wie der Kapitän. Oh! Dieser Schaumgummi-Zombie ähnelt niemandem, den ich kenne. In einigen afrikanischen Dialekten ist der Begriff Schaumgummi gleichbedeutend mit Unbrauchbarkeit. Ja, okay, ich sehe es. Reicht dir das nicht? Ja, ist ja gut. Hey, was für ein komisches Gefühl. Seltsam. Ich erinnere mich nicht, Antidepressiva genommen zu haben. Also zumindest nicht mit Absicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, es geht mir jetzt besser. Mir ist, als wäre ich zu einem höheren Bewusstsein gelangt. Hä? Mitten in diesem Jammertal der Banalität. Ja, es muss wohl stimmen. Wie sonst wäre ich zu einer neuen Option in der Benutzerschnittstelle gekommen. Hä? Und wo? Nehmen, reden, benutzen, untersuchen. Sich zeigen. Was? Bei dieser Sache ist es egal, wo ich stehe. Was soll denn das? Unterschätze nicht die Wirkung, die das auf meine instabile Persönlichkeit haben könnte. Benutzung einer Kiste. Hm. Ich glaube, irgendwo habe ich etwas darüber gelesen. Ah, ja. Im Lexikon. Unter dem Eintrag Nutzloses. Hm. Eine Kiste aus rohen Holzbrettern. Die richtige Größe für ach, alles Mögliche. Vielleicht einen menschlichen Kopf oder oder ein ein noch menschlicherer Kopf. Okay, okay. Ich habe eine blühende Fantasie. Na und? Dieses Mauseloch ist so gewöhnlich. Ich schaffe es nicht einmal, eine meiner gleichgültigen Bemerkungen darüber zu machen. Sehr gut. Auf keinen Fall ein Fenster mit Mittelpfosten mit Blick auf den Park. Okay. Ei, 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 ei. Weiter kann ich meine Knochen nicht dehnen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Du kannst doch hier die Treppe hoch und dann nach... Oh Gott. In keinem sehr guten Zustand. Da frage ich mich, wie die Turmuhr funktionieren kann. Aha. Sieh dir das an. Wie soll ich da rankommen? Mit Gewalt löst man gar... Ah, dieser Helm erinnert mich an den guten alten Studentengeist meiner Tage im College. Bei einer Initiationszeremonie musste meine einen Esel so lange mit so einem Ding auf den Kopf stoßen, bis er ohnmächtig umfiel. Das ist nicht mal eine Antwort wert. War ja klar. Ach, guck mal, jetzt bin ich auf dem Dach. Ich ging aus jener heilgen Flut hervor, wie neu erzeugt von Leid und Schwäche Ferne, gleich neuer Pflanz in neuen Lenses Flor, rein und bereit zum Flug ins Land der Sterne. Warte mal. Mensch, jetzt kann ich mich der Menschheit offenbaren. Hey, hier bin ich. Die scheinen nicht sehr glücklich zu sein, mich zu sehen. Okay. Dann haben wir uns das Sloss wohl einmal angeguckt. Moment, gab's hier noch... Da gab's noch noch eine Tür. Ach, das ist die Tür, wo ich nicht... Nun, mich hier bloß zu stellen, wäre extrem dumm. Es wäre sogar noch dümmer, als mein Versuch, blutstillende Stauschläuche zu sammeln. Na? Sie ist abgeschlossen. Diese verflixten Adventure-Spiele. Ja, aber wirklich. Hm, gut. Hatte ich vor der Tür jetzt noch irgendwas. Hier ging's doch weiter. Genau. Was haben wir denn hier? Bloß ein großer Sockel mit einer Tafel, die eine Inschrift trägt. Bloß ein... Aber die Funktion ist untrennbar mit dessen... Heuer. Wie ein Heuballen, nur größer. Ähm. Besorge mir einfach einen schönen, kräftigen Karren und ein Ochsengespann und ich bringe diesen Haufen wohin du willst. So wahr ich Tony Taf heiße. Das sieht so aus, als wenn wir von oben irgendwie runterspringen können und dann hier auf dem Heuhaufen landen. Würden. Haben wir hier. Eieiei. Also wenn das keine Antenne ist, kommt es einer Antenne verflixt nahe. Es ist auf. Ein Schäfchen angekettet. Schafe haben die beneidenswerte Fähigkeit, ihr Fett auf dem Rücken und im Schwanz abzulagern. Ach, hätte ich doch nur einen Schwanz. Den Spruch. Eieiei. Was haben wir denn da hinten? Ein Slauch. Klar, ein extra Darm. Genau das, was ich brauche. Ich brauche im Moment kein Ross. Okay. Und ansonsten? Das alles? Na gut. Wo geht es hier hinten weiter? Oha, was haben wir denn hier? Ein Benzinkanister. Leer. Oder? Inzwischen bin ich fast sicher, dass das ein Benzinkanister ist. Tja, jetzt haben wir nur noch keine Motorsäge. Vegetiert nur. Nicht zu fassen, dass du so verzweifelt bist. Und was erwartest du von mir? Soll ich einen Lastkahn mieten und mit ihnen nach Mexiko verschwinden? Na? Erwartest du das von mir? Hä? Ja. Ich verstehe mich nicht sehr gut mit Gießkannen, aber wenn es hilft, Pentagruhl zu retten... Nimm sie doch einfach mit. Ich habe nicht die Absicht, Gärtner zu werden. Und ein so heimtückisches Gerät verwende ich nicht. Pflaume. Ich will eine Pflaume haben, verdammt. Ach, natürlich. Ja. Ah. Es lebe die Erfindung der Sprungfeder. Wo hat der denn jetzt das Wasser her? Was zum Teufel war da drin? Cool. Kann ich das nochmal? Ah. Aber jetzt nicht bitte jedes Mal wieder. Nee, doch nicht. Wie oft kann ich das machen? Ich habe im Moment genügend Pflaumen. Ich lasse den Baum jetzt lieber in Ruhe. Okay. Dankeschön. Wo geht es weiter? Ach, einmal rumgegangen. Okay. Ja, super. Aber ich will noch wissen, was das mit dieser Antenne auf sich hatte. Und wie soll ich da raufkommen? Siehst du hier irgendwo Lianen rumhängen? Weißt du, jeder hatte schon mal einen genialen Plan, der niemals funktionieren kann. Hm. Okay. Schön, 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 schön. Also dieser Heuerhaufen, wie gesagt. Ich befürchte, du bist schon im Delirium. Ach ja. Steinbild. Diese Statue ist ohne Zweifel das hässlichste Kunstwerk, das ich je mit meinen myopischen Augen gesehen habe. Sie würden mir wohl nicht freundlicherweise ihr Messer leihen, gnädige Frau Statue. Äh, ich darf doch gnädige Frau Statue sagen, oder? Äh, vielleicht sollte ich meine Zeit irgendwie sinnvoller verplempern. Ich weiß auch nicht. Anstatt mit Statuen zu reden, könnte ich zum Beispiel Teilschrift lernen oder mal wieder eine gute Briefmarke sammeln. Ich könnte sogar einem Bridge Club beitreten, falls meine Gesundheit das aushält. Nenn mich einfach Chuck. Was? B-ja, aber hui, ihr seid ja gar keine Statuen, sondern Schauspieler. Ich hab dir gleich gesagt, der Kerl ist ein Theaterfan. Das ist ja irre. Du wolltest also mein Messer ausleihen. Naja, wenn du wartest, bis unser Auftritt vorbei ist, kannst du es von mir aus haben. Wir brauchen es nicht für die morgige Vorstellung. Toll, vielen Dank. Was? Und was stellt ihr? Und was stellt ihr morgen so dar? Ich glaube, morgen spielen wir Samson und die Philister. Stimmt's, Harold? Genau, Chuck. Und dafür brauchen wir kein Messer. Der Kieferknochen eines Esels und eine platinblonde Perücke genügen voll auf. Haben wir, haben wir, haben wir. Freunde, aber der Teil hier ist erst einmal vorbei und ich bin sehr gespannt, was wir noch mit den Statues-Schauspielern schmieren, Komendiant noch so alles anstellen können. Macht es gut, bleibt neugierig, NRW bei 18. Adieu.